...feiern und dann erzählen, gar keinen Kommentar dazu abgeben. Wenn er Eier hat, dann stellt er sich und sagt so, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen länger und konnte nicht alles so richtig deuten. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sagen, er wird sagen, er hat alles richtig gesehen. Wir müssen jetzt leider damit leben. Gut, was soll ich dazu sagen?